Ich hab mir... Ich hab mir ernste Sache. Ich hab mir ernste Sache. Ich esse grad einen Muffin. Ich hab mir ernste Sache mitgebracht. Sind wir bereit? Ufo Köln. Ich hab mal was mitgebracht. Über das wollte ich einfach mal reden. Was mir wichtig ist. Was ich gerne auch einfach mal im Nachhinein auf dem auf dem zweiten Kanal online hätte. Und zwar geht es da viel um das Thema, was Kelly mal in ihrem Video thematisiert hatte. Damit Stalking und blablabla. Es ist ja sicherlich kein Geheimnis. Dankeschön, Zibi, für den Sub. Dass die Adresse von dem Ufo, wo ich mit den Jungs drin war, innerhalb von 45 Minuten geleakt war, nachdem wir unsere Videos gleichzeitig hochgeladen haben. Das liegt zum einen daran, ihr seht das schon, natürlich haben die Leute das gefunden. Und ja, das ist auch das richtige Gebäude. Ich mein, Izzy hat ja selber ein Video gemacht, wie er davor steht. Es liegt zum einen daran, dass wir in beide Richtungen Glasfronten hatten. Wir hatten hier gegenüber ein sehr markantes Steingebäude oder so ein Backsteingebäude. Und hinten raus bei sowohl Paluten als auch bei Felix, so den beiden größten YouTubern in dem Zeitpunkt, hat man halt sehr klar den Fernsehturm von Köln gesehen. Und das war uns schon klar, dass das in irgendeiner Form passiert. Dafür hatten wir es ja nicht mehr zu Hause, weil zu Hause so Adresse geleakt ist, noch mal ein bisschen was anderes als so im Büro. Aber dennoch, dennoch auf jeden Fall krass. Was mir aber in der Zeit immer ausgefallen ist und wo ich nie eine Plattform für hatte, weil ich eben nicht gestreamt habe oder nichts anderes, ist halt, ist halt folgendes. Und zwar gibt es nicht nur ein Video vom UFO selber, was ich so eine kakenkrasse Dreistigkeit finde, sondern mehrere. Und da wollte ich einfach mal mit euch ein bisschen durchgehen. Vielleicht guckt ja auch einer von denen zu. die Mühe mir zu machen, Steve, halt da! Die Mühe mir zu machen, hier groß die Kanalnamen zu verschleiern. Diese Videos kann man auch offline nehmen. Ich finde es einfach keine feine Art. Das ganze Thema ist durch. Ich bin da auch nicht mehr böse und ich bin nicht nachtragend. Das Ziel dahinter ist auch nicht, dass ihr zu den Leuten geht und denen sagt, dass die Arschlöcher sind. Manche, die diese Videos gemacht haben und ich habe alle davon gesehen, sind noch super jung. Manche aber eben auch nicht. Wenn wir hier mal in den Preview gehen, keine Ahnung, ist dann Zoom in den Ohr auf den Kaffee. Das ist ja super, mega Preview. Aber wie gesagt, alleine hier hört es schon bei mir auf und einfach nur noch mal, wie das alle anderen auch gerne machen, im Nachgang gerne eine Bitte. Das Thema ist jetzt beendet, deswegen seit auch über einem Jahr möchte ich da mal drauf gucken. Aber macht es einfach nicht. Es wird niemals in eurer ganzer Lebzeit passieren. Niemals, dass irgendjemand damit cool ist. Egal, woher ihr den kennt. Never fucking ever wird es passieren, dass irgendjemand hier rauskommt und sagt, ey, das ist ja mega geil, dass du dir die Arbeit gemacht hast, meine Adresse, die ich bewusst nicht öffentlich mache, zu finden und dann zu mir zu kommen, weil wir kennen uns ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Und das hat natürlich auch, also jeder hatte einen anderen Grund, das UFO zu verlassen. Das hat bei mir extrem getriggert, dass das Thema dann recht schnell vorbei war. Jetzt gerade wurde ich schon reingeworfen, zusammen Security anschaffen. Das ist keine Option. Ist dann halt immer die Frage, wie viel dafür jemand investiert. Felix war viel unterwegs. Der sagt dann auch, ja, ich habe da jetzt kaum Sachen. Ich bin jetzt super viel unterwegs die nächsten sechs Monate. Palle war immer mal da, wenn er es gebraucht hat. Ansonsten halt noch zu Hause. Im YouTube-Haus, was auch seit Jahren geleakt war. Also, es heißt ja nicht, dass irgendwas zwangsmäßig Schlimmes passieren muss. Nur, es heißt halt eben auch, dass man, also, keine Ahnung, ich... Den kenne ich, glaube ich, sogar tatsächlich noch nicht. 2018, weiß ich nicht, ob wir da waren. Ich weiß es nicht, auch wie ihr darüber redet. Wir können jetzt gerne mal reinschauen. Es gab ein Video, was ich richtig krass fand, weil er, weil also nicht er, sondern anderer einfach auf den Parkplatz im Hinterhof gefahren ist und dann, aber die ganze Zeit sagt, also er filmt von, also nicht er, aber der andere filmte von hier vorne und hat so die ganze Klingelanlage gezeigt und dann konnte man hier außen rum fahren, rechts und auf den Hinterhof, wo natürlich einfach, wo natürlich einfach eiskalt überall so die Firmenparkplätze waren. wo man natürlich alles sehen konnte in dem Video und da ist dann die Frage, also er ist ja auch, also es sieht noch so aus, als wären wir da drin, weil der ist auch noch Revis, Revis vorrangig. Es kann aber sein, dass wir schon ausgezogen sind. Ich würde einfach mal reingucken und mir vielleicht mal so ein paar Videos davon angucken, weil mich interessiert es einfach mal. Ich weiß ja nicht, ob da noch was nachgekommen ist oder nicht. Ein paar davon sind auch schon offline, fairerweise. Nachdem wir unsere Videos gemacht haben, haben auch ein paar ihre Videos online offline genommen. Leute, das Gebäude hier hinter mir, das könnte das UFO sein. Also ich verstehe es halt nicht. So, keine Ahnung. Wir haben jetzt neun Sekunden das Video gesehen und er wirkt sympathisch, aber warum? Also wie gesagt, geht nicht zu dem Rüber und hatet den nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Der macht bestimmt auch nur sein Ding, aber bitte, falls du das sehen solltest, na, Fuli, warum zu jemandem gehen. So, natürlich findet man die Adresse, wenn man danach googelt, aber das ist doch keine Einladung. Ja, moin Leute, neue Tage in Köln. Also, mich wird jetzt mal, wisst ihr, was ich meine? Mich wird jetzt mal interessieren, ähm, was, was seine Mission ist. Also wird der Vlog, der Vlog geht 5 Minuten 33, wird der Vlog mit der Mission aufgezogen, hey, ich laufe jetzt hier durch Köln und habe jetzt den schönen Tag und finde zufällig das UFO. Ähm, Dankeschön, äh, Seskis, für die 5 Abos in der Community, das ist sehr lieb. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich möchte jetzt erstmal, ich möchte erstmal wissen, was ist die Mission von dem Video? Weil, wenn du 5 Minuten 30 Videos machst, entweder schneidest du es extrem runter oder, ähm, du gehst ganz klar mit der Intention da rein, hey, äh, ich gehe jetzt einfach zum UFO, weil das bringt viele Klicks, höchstwahrscheinlich für meinen Vlog. Wisst ihr, was ich meine? Heute ist Donnerstag, ähm, und ich bin gerade auf dem Weg zu einem kleinen Café. Ich hoffe, es ist gut, denn ich brauche was zum Frühstücken. Okay, also bis dato ganz normaler Vlog. So, Leute, nach einem kleinen Café. Das ist jetzt schon, äh, Stadtgarten, das ist in der Nähe davon gewesen, das wirkt jetzt schon sehr zielorientiert, als würde da hingehen. Ich sage das jetzt nur mal aus meiner Sicht. Wisst ihr, was ich meine? Den ihr eben zu Gesicht bekommen habt, befinde ich mich jetzt hier im Stadtgarten in Köln. Und checkt mal die Lage. Ist hier recht schön, da hinten drehen die einen Film, habe ich gerade gesehen. Kann ich mich ja vielleicht mal so als unoffizieller Statist einmischen. Hier gibt es auch relativ viel Schatten, also auch an sonnig-heißen Tagen kann man hier, glaube ich, gut Zeit verbringen. So, Leute, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Und zwar geht es in eine Straße, wo anscheinend ein Gebäude steht, was bekannt ist auf YouTube. Ja, keine Ahnung. Also, aber, um es mal zu sehen, ich kenne alle Leute, die da vorgestanden haben und geschrien haben, in- und auswendig, weil das war nur eine Handvoll. Ich kenne genügend Eltern von Leuten, die da vorstanden, auch in- und auswendig. Ich bin sehr froh, dass diese Leute zum großen Teil, muss man sagen, Spielkind-Merchandise oder Revi-Merchandise oder Palle-Merchandise anhatten. Und dass das nie jemand war, der meinen Scheiß anhatte. Weil, da hätte ich gesagt, hier sind 50 Euro, bitte gib mir das T-Shirt oder einen Pulli und ich verbrenne den auf der Stelle. Ich möchte nie so jemanden haben, der sowas macht. Weil, dann mache ich was falsch als Person des öffentlichen Lebens. Wo jetzt auch jemand komplett recht hatte, der hat es schon reingeschrieben. Das ist halt, das ist halt so, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist, echte Promis, so Filmstars oder so, verbarrikadieren sich auch nicht ohne Grund hinter, äh, hinter großmauern. Das stimmt halt. Aber, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen an Sinn zu plädieren, weil der Typ wirkt doch nicht unsympathisch. Wisst ihr, was ich meine? So, das wäre so, keine Ahnung. Und er ist so begeistert davon. Ja, ich bin mal gespannt. Das kennt man auf YouTube Deutschland. Und das muss man jetzt noch mal von außen filmen, weil wir schon tausend Videos drüber gemacht haben, dass wir es scheiße finden, wenn Leute da vorstehen. Da muss man jetzt noch mal ein Video drüber machen. Und zwar das UFO, liebe Freunde. Für die Leute, die es nix sagt, das UFO ist ein Büro, was fünf YouTuber angemietet haben. Also, ich habe diese Adresse gefunden und werde jetzt einfach mal mittels Fotos und Hintergründe von Aber warum? Fotos oder Videomaterial Was bringt dir das denn, dass du es hast? Wir haben doch gesagt, wir wollen da niemanden haben. Werde ich mal sehen, ob es dieses Gebäude sein kann, ob dieses UFO, das Büro da drin sein kann. Und dann was? Also, nur gucken, okay, fein. Aber wenn, wenn halt ganz viele Leute da sind, nur gucken ist doch auch irgendwie ätzend. Und dann trifft man da andere Leute. Auf einmal, auf wundersame Weise, gucken wir runter und sagen, oh, da ist er. Wir müssen beste Freunde werden. Weißt du? Keine Ahnung. Ich kraft's nicht. Es ist ein guter YouTube-Titel. das Gebäude hier hinter mir, das könnte das UFO sein, Leute. Ich habe mal ein Bild verglichen, was sie in ihren Thumbnails hatten und auch von Videomaterial her. Das Gebäude gegenüber, das blende ich jetzt mal kurz ein Bild ein, das könnte identisch sein mit dem Gebäude. Wie gesagt, das sind halt die Probleme, die wir halt durch diese riesen Fensterfassade hatten. Das war uns auch klar, aber dass es natürlich in solche Extreme ging. Also, wir hatten auch Silvester 2017 oder sowas. Also, ich meine, jetzt natürlich dann die Gegenargumentation. Wie gesagt, das ist alles verjährt. Es soll nicht darum gehen, den zu haten. Wir gucken gleich auch noch in ein, zwei andere Videos davon rein. Aber hierum geht es mir. Also, das ist dann halt verpixelt hier unten in der Ecke, damit man den Namen nicht 100 Prozent davon erkennen kann. Ich verstehe den Impuls irgendwie, aber irgendwie halt auch gar nicht, weil du filmst doch die Vorder- und die Rückseite. ... im Hintergrund von einem dieser Fotos. Das kann ich jetzt auch... Dafür musst du nicht googeln. Das ist viel zu krass. Also, das ist doch, er hat doch gesagt, er hat die Adresse gegoogelt und dann... Also, also, da kannst du doch eher unseren Hausmeister von damals nicht verpixeln, als... Was ist denn schlimmer? Das... Also, ich möchte mal kurz, ich möchte mal kurz die Absurdität dieser Lage beschreiben, damit ihr rafft, damit ihr rafft, was hier abgeht. Jemand, der öffentlich bei uns in Videos stattfindet, einen eigenen Instagram-Account dadurch gemacht hat, äh, mit uns in den Videos auftaucht und eine Person auch des öffentlichen Lebens geworden ist, der Ufo-Hausmeister wird von ihm zensiert, aufgrund vielleicht seiner Privatsphäre, aufgrund dadurch, dass er nicht belästigt werden soll, wird zensiert auf einem Bild, wo verglichen wird, wo wir uns aufhalten. Wisst ihr, was ich meine? Absurd. Also, ich kann, ich kann drüber lachen, ne? Ich kann heute voll drüber lachen, so, aber, äh, keine Ahnung. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also, pfff, das ist einfach schon krass, so. Das ist schon, das ist schon krass, einfach, muss ich sagen. Das heißt, liebe Freunde, es könnte wirklich sein, dass das das Ufo ist. Die Betonung liegt auf könnte. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, bei uns wurde probiert, Silvester einzubrechen. Wir hatten Leute, die regelmäßig Hausfriedensbruch begangen haben, unten im Flur, die dann reingekommen sind, oben angeklopft haben, einfach nur auf Konfrontation, auch manchmal aus waren. Wir hatten Leute, die tagelang, stundenlang geschrien haben und sicherlich ist das nicht der Hauptgrund dafür, solche Videos, aber sie sind ein großer Teil für Leute, die es interessiert und das Ding hat nun mal fast 300 Aufrufe von Leuten, die es interessiert und 300 Aufrufe in der YouTube-Welt ist immer so, ha, ist nicht viel, aber 300 Aufrufe sind 300 Leute, so. Das sind viele Leute. Wir hatten, ich hab mal Ostern, ich erzähl ein paar Anekdoten nebenbei, ich hab mal Ostern gearbeitet im Büro, ähm, und, äh, dann kamen zwei, äh, 20 Mann Busse, also diese größeren, diese V-Klassen von Mercedes, die so aussehen wie so ein Van, wisst ihr, was ich meine? Wo so, keine Ahnung, 20, 15 irgendwie Leute drin sitzen können und da kamen zwei Stück und dann sind da, äh, und dann sind, äh, sind da einfach tausende Leute ausgestiegen aus diesen Bussen und ich dachte, das wäre eine Veranstaltung von diesem Bürokomplex gegenüber und dann haben die sich alle umgedreht auf der anderen Straßenseite äh, und haben einfach unsere YouTube-Namen gerufen und später haben die, äh, einen Brief eingeworfen und es hat sich rausgestellt, dass das zwei Familien waren aus Bayern, die mit allsamt Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa einen Köln-Trip gemacht haben und das eine Station davon war mit der Bitte auf der Karte, dass man ihnen bitte doch nochmal Autogrammkarten nachschicken könnte und ich war der Einzige, der Ostern, ne, wo alle diese Leute halt freimachen, halt dann auch, weil ich selbstständig bin, dann arbeite, ne, und ich war der Einzige, der im Büro war und ich musste eigentlich nach Hause, ich wollte, hatte auch noch so einen Termin, wo ich was essen gehen wollte mit meinen Eltern so und ich hab dann das eine Stunde nach hinten verschoben, weil ich halt Angst hatte, von 30 Leuten geswattet zu werden und ich bin da nicht rausgekommen, so, und dann waren, sind die Ersten so weg und dann hab ich das halt nach hinten verschoben, weil ich bin zu sozial awkward und viele sagen, ja, dann scheiß doch drauf und so, ja, klar, ähm, voll verstanden, wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ja, es gab auch Touren, Touren, die man buchen konnte zum YouTube-Haus, UFO, zum Bootshaus, ja, die Kandidatin kenn ich auch gut, ja, ja, das Ding ist halt auch einfach nur so, äh, es ist nicht so, als wenn wir das nicht mitbekommen, diese Sachen werden meistens übers Internet promotet und ist nicht so, als wenn wir überall auch mit Sturmwaffel, Paluten, Dehner oder so in Foren, wo solche Sachen besprochen werden, als auch auftauchen, ihr könnt euch sehr sicher sein, das, was ja über andere Leute irgendwo vergrabt im Internet, das wird meistens auch von den Leuten gefunden, so, weil die müsst ihr ja schon katalogisieren unter deren Namen und dumm sind wir alle nicht und finden tun wir sowas dann auch. Also, die Sonne kommt natürlich wieder von der falschen Seite. Also, wie gesagt, das war jetzt hier. Aber, ich laufe hier gerade über die Brücke, über den Hansaplatz, so heißt es, glaube ich. Ja. Hier ist so ein junger Mann, der ist eben in langer Hose. Das ist halt dann, ne, höchstwahrscheinlich jetzt, also das hier jetzt, ich weiß das, das hier ist Nähe YouTube-Haus, so. Hose, langer, schwarzer Hose rumgelaufen. Ist halt alles irgendwie so gefühlt. Wie gesagt, ich möchte ihm da nichts vorwerfen, aber es ist so ein bisschen gefühlt, alles darauf angelegt, nochmal irgendwie vielleicht jemanden zu treffen, der auf dem Weg ist. Wisst ihr, was ich meine? UFO über Köln, UFO so. Schauen wir nochmal, ohne wir, ja, hier, das ist der Kollege gewesen, das, das, keine Ahnung. Hat auch 2000 Abos, ich glaube, die machen alle Videos. Das sind Leute, die bei uns einfach irgendwie unseren Shit gefilmt haben, wo unsere Daten und Arbeitsunterlagen liegen. Meine Intention ist es nicht, die schlecht zu machen. Wie gesagt, das ist aus 2017, das ist jetzt so in der Mittelzeit des UFOs. Bei ihm war es so gern Ende beim UFO. Und jetzt aber. So Leute, jetzt gibt es ein kleines Special. Wir fahren jetzt in die Langsess Arena, in die Tiefgarage, genauer gesagt in den VIP-Bereich. Dort haben wir einen Stellplatz und mal schauen, ob wir ein paar coole YouTuber treffen, mit denen wir vielleicht eine Runde quatschen können. Guck, ihr seht, ihr seht dieses, ihr seht dieses Video. Äh, wo jemand ohne VIP-Ticket zu den Videodays geht, blablabla, I don't care. Ist mir wirklich scheißegal. Videodays sind dafür da, chaotisch zu sein oder waren dafür da, chaotisch zu sein. Und der Typ hier, gleiches Ding. Fucking sympathisch. Weiß, wie man vloggt anscheinend, hat irgendwie 2400 Abonnenten. Und das große Ding ist, warum muss man am Ende in den das UFO fahren? Für einen Titel und Thumbnail zu einem Platz, wo Leute sagen, kommt da nicht hin. Keine Ahnung, da ist doch nie, nie jemand reingekommen. Was, was ist die Intention? Also, wie gesagt, der ist dann auch bei den Videodays, dann geht's noch hin und her und jetzt ist halt dann das Ding, was wir damals gesehen haben. Wir alle aus dem Büro haben das gesehen und ich muss einfach sagen, das sind so Dinger, wo ich mir denke, keine Ahnung, wir haben es alle gesehen und wir finden dich danach alle scheiße wegen so einer Aktion. Was bringt das? Weißt du, was ich meine? Was bringt das? Was ist die Mission? Was ist der Inhalt? Es ist doch nur für einen Vlog. Kurz umschauen, vielleicht treffen wir ja jemanden aus Zufall und nein, die Adresse verraten wir nicht. Wichtig jetzt. Er sagt, die Adresse verraten wir nicht, aber guck mal bitte, was er filmt. Man merkt halt krass, dass er ein Felix-Fan ist, wegen den Vlogsachen. Dr. Strangelove55, danke schön für den Sub. Da sind echt so viele Leute. Nicht normal. Jetzt sieht man ja, wo wir gerade sind. Wir schauen uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen um. Sieht ganz cool aus. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden. Wir haben nie, Adrian, danke schön auch für den Twitch-Primes-Up. Wir haben nie, 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 irgendjemandem davon Fotos gegeben. Nie davor. Keine Autogramme, nichts, weil wir gesagt haben, ein bisschen kommt einfach nicht hin. Diese Erwartungshaltung ist... Und das ist das, was ich meine. Wir zeigen die Adresse nicht. Weißt du, was ich meine? Aber alles drum rum. Das ist ein offenes Tor, da kann man durchgucken. So, hier sind die Namen der Firmen drauf. Jetzt stehen wir einfach im Innenhof vom Ufo. Und das ist halt, wie er schon sagt, der Innenhof von dieser Büro-Geschichte, das ist fucking nicht korrekt, Mann. Und das ist halt auch auf Video aufgezeichnet. Kannst froh sein, dass wir keine Wichser sind und einfach irgendwie dich anzeigen, weil du da auf dem Hof fährst oder so. Als ob wir sowas machen werden. Das ist ja komplett bescheuert. Also machen wir natürlich nicht, aber warum? Was ist das Ziel? Das war jetzt überhaupt nicht gewollt. Dann fahr doch nicht rein. Das war wirklich nicht gewollt. Ich glaube ihm das, aber warum dann reinfahren? Die Kamera nehmen wir jetzt runter. Nichts ist danach passiert. Aber wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist, man erkennt die Parkschilder nicht 100%. Das wäre jetzt höchstwahrscheinlich seine Perspektive dagegen zu argumentieren. Man erkennt die Parkschilder nicht 100% und das war auch nicht beabsichtigt und uns hat es einfach interessiert und ich verstehe das, ich verstehe das. Das ist jetzt alles auch verjährt und alles fein. Aber ich wollte es einmal für mich festgehalten haben. Auch wenn es drei Jahre fucking her ist. Einfach nicht machen. Einfach nicht machen. Einfach mal so als Ding dadurch. Ich habe mir jetzt die beiden aus einem Kessel gepickt, aus einem Kessel gepickt von von mehreren Leuten. Wenn man da tiefer in die Substanz geht, gibt es da ein paar Videos, die immer wieder kommen werden von Leuten, die da vorstehen. Auch ganz viele von so richtig crazy Leuten, die irgendwie ganz viele Ufos über Köln sehen. Das habe ich mir dann auch in dem Zuge irgendwie mal angeguckt. Ich fand das ganz komisch, aber naja, hier so Kölner Dom, Ufo und dann ist da so ein Ding reingefotoshoppt. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen Deep Dive machen. Jetzt werden natürlich die Sachen reingespült hier mit ein paar hundert Klicks. Es gibt genügend Leute, die da nicht viele Klicks zum Glück drauf hatten. Wer weiß, was passiert wäre. Aber wie gesagt, die beiden Kandidaten jetzt aus einer Menge mal rausgepickt. Und dementsprechend, ja, ja, ist es auf jeden Fall einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen, warum wir auch alle in unser eigenes Büro gezogen sind. Und das ist auf jeden Fall. Aber dann habe ich mich ist, dass wir das sind. Und ich glaube, Vielen Dank.